Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen hier zu Nerdplay, dem Cosplay-Podcast auf nerdizismus.de, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Anja und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Denn meine letzte Folge Nerdplay, die ich produziert habe, die war tatsächlich Ende des Jahres 2017. Und ich freue mich, heute einen wunderbaren Gast bei mir zu haben. Das ist der Engin. Hallo. Halli, hallo. Wir werden gleich ein bisschen über Cosplay und ein paar andere nerdige Dinge quatschen. Und wenn ihr euren Senf dazugeben wollt, dann erreicht ihr uns natürlich unter der Nummer 0152-596-47709. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an info-at-nerdizismus.de. Ja, und mit der Handynummer erreicht ihr uns unter Telegram und auch über WhatsApp oder die klassische SMS. Die könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob, Kritik loswerden wollt oder auch gerne mal Vorschläge einreichen wollt, was ihr bei Nerdplay hören möchtet, dann haut in die Tasten. Ja, und der Engin und ich, wir haben uns gerade im Vorgespräch schon ein bisschen über einige Dinge unterhalten, aber ich habe direkt eine Frage an dich. Das ist unsere klassische Nerdizismus-Frage. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist denn dein Nerd-Faktor? 100. Weit drüber. Das glaube ich zumindest. Das glaubst du zumindest. 100, ja? Das ist schon mal nicht schlecht. Also 100% Nerd. Ja, schon immer gewesen. Von klein auf. Noch bevor dieser Begriff durch Big Bang Theory in die Welt getragen wurde. Ja, als es so zum Mainstream geworden ist, meinst du? Ja, so ungefähr. Als man gemerkt hat, hm, hier, das Model und der Freak, das ist ja schon so ein bisschen diskriminierend. Ja, also zu dem Thema Big Bang Theory, da bin ich auch ganz schlecht drauf zu sprechen. Am Anfang mochte ich die Serie ja total. Ich war ein richtig großer Fan von Lennart und Sheldon und Co. Aber die allerletzte Staffel hat mir dann doch den Rest gegeben. Also die letzten Staffeln waren ja nun wirklich nicht so gut. Aber die allerletzte Staffel, ja, die war wirklich super, super schlecht in meinen Augen. Und die war halt noch schlechter, weil der Michael, unser Nerdizist, mich gespoilert hat direkt am Anfang. Und in dem Bereich bin ich ein bisschen nachtragend tatsächlich. Also Michael macht das nicht nochmal. Ja, das ist natürlich sehr übel, ne? Aber, ähm, ich muss sagen, ich hab die Serie, ich weiß gar nicht, es war nicht zu doof oder so, aber ich glaub, es war Staffel 7 oder irgendwo, wo Ratsch neben Penny aufwacht und so hat die Staffel aufgehört, meine ich. Ähm, da hab ich dann irgendwie nicht mal weiter geguckt. Nicht weil mir das nicht gefallen hat, aber irgendwie war in die Luft raus. Das ist so eine Serie, wo ich denk, das war jetzt vielleicht einen Ticken zu lang. Ja, ja, ich glaube, sie haben es auch wirklich, ähm, weit ausgeschlachtet und die Gags waren, ja, wirklich sehr albern manchmal oder die kamen einfach gar nicht so gut rüber. Und mir ist aufgefallen, viele Gags sind auch einfach aus anderen Sitcoms geklaut. Also viele Situationen, die da vorgekommen sind, die kannte ich einfach schon aus anderen Sitcoms. Vor allem bei Friends. Da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Ja, aber das, ähm, hab ich auch irgendwann so ein bisschen bei How I Met Your Mother gehabt. Ja, genau. Ähm, zum einen, zum einen fand ich es dann irgendwann langsam, reicht es mir. Dann, ich weiß nicht, auch, dass Ted immer wieder irgendeiner Frau hinterher jagte. Also ich meine, es war ja immer irgendwie sehr kurios und so weiter gemacht und so, dass der nächste Flop, äh, kam so ungefähr für ihn. Ähm, aber da auch die letzte Staffel, als da die großen Spoiler kamen, das war dann auch für mich eigentlich schon nicht mehr interessant. Mhm. Das Ende fand ich aber trotzdem nicht besonders gut. Nee, das war überhaupt nicht gut. Das war auch super schluss. War irgendwie voll an allem vorbei und gerade, weil die vorletzte Staffel so eine starke Folge hatte, wo Ted sich quasi einbildet, wie es gewesen wäre, wenn er schon früher seine Frau getroffen hätte und bei ihr vor der Haustür steht und ihr dann erzählt, ey, in zwei Monaten werden wir uns das erste Mal treffen und verlieben und Kinder und, äh, das fand ich so mega gut. Und dann, ja, plätschert die Staffel so vor sich hin und hat dann so ein, naja, Ende. Mhm, ja. Ja, aber es, es gibt schlimmere Enden, also das, Game of Thrones, ich meine dich, so ungefähr, ne, aber. Okay, das könnte jetzt kontrovers werden, aber, ähm, da du ja jetzt gesagt hast, du bist ein großer Nerd, ähm, man findet dich ja auch im Internet unter dem Pseudonym Comic Engine. Kannst du das mal ein bisschen ausführlich erklären, was damit gemeint ist? Äh, damit ist eigentlich die Unfähigkeit vieler Lehrkräfte verbunden, die meinen Namen niemals richtig aussprechen konnten. Ähm, ja, ich meine, das ist, da gab es ja die korribiosesten Varianten, weißt du, so aus Engin wurde schnell Eugen, Egon, Engin oder Endin, die haben dann anstatt dem G ein D da reingeschmissen, ähm, ja, das hielt sich dann erstmal so eine Weile. Und dann war der Moment da, wo ich gedacht hab, ja, ich könnte ja mal YouTube machen, weil meine Freunde vielleicht eventuell schon mittlerweile ein bisschen von meinem ganzen Comicgequatsche genervt sind. Da hat auch wirklich keiner außer mir, ähm, Comics gesammelt, so richtig aktiv, vielleicht hin und wieder mal irgendein Heft oder so ein Sonderband geholt. Und dann hatte ich mich mit einem anderen Freund von mir, äh, auseinandergesetzt, der halt schon so ein bisschen Let's Play mäßig unterwegs war. Mhm. Der Jembo, schöne Grüße an dich, Jem, ähm, und der meinte dann, ja, pass auf, du brauchst am besten was, was immer noch deinen Namen beinhaltet, aber halt auch das Thema mit aufgreift, ja. Und dann ist es irgendwie Comic-Engine geworden. Ich meine, das kannst du jetzt, das ist ja nicht, in dem Fall ist es irgendwie schon ein persönlicher Name. Andererseits, die Comic-Maschine oder wie auch immer, das ist ja, ja, so könntest du ja auch einfach so einen Kanal nennen. Also unabhängig davon, wer da drauf irgendwas einquatscht. Ja, ähm, ja, und so ist das dann zustande gekommen und ich hab's dann auch, ähm, im Grunde so belassen. Ich hab zwischendurch das mal überlegt, äh, es einfach nur zu ändern, weil der Schwerpunkt ja irgendwie nicht nur Comics sind. Ich meine, viel, was damit verbunden ist, auf jeden Fall. Aber, ähm, da war ich zu faul, es zu ändern. Und, äh, mein Kumpel Macher Dau, der hat ja auch mein neues Logo entworfen und da steht ja auch Comic-Engine drunter, hab ich gedacht, komm, das lassen wir jetzt so. Da können die Leute mittlerweile am meisten mit anfangen. Ja, und du bist ja auch schon lange dabei, äh, bei dem Thema Social Media und wie gesagt, Comics sammelst du ja schon irgendwie dein Leben lang. Was ist dein Favorit, Marvel oder DC? Oder vielleicht was ganz anderes? Asterix und Obelix? Asterix und Obelix, ja, äh. Lustige Taschen wie ich, ja. Na, Calvin und Hobbes, ähm, nee, ich hab, äh, ja, natürlich so, äh, die Disney-Veröffentlichungen, das Mickey-Maus-Magazin oder das lustige Taschenbuch, das, äh, klar, als Kind, das sammelt man ständig irgendwie, ähm, da gab's ja auch coole Beigaben, die man auch, ähm, wo man dann auch im Ball geblieben ist, so zum Beispiel das, äh, schlaue Buch von Tick, Trick und Track konnte man sich da zusammenbasteln und da war jeden Monat eine neue Seite drin. Ähm, da gab's sogar zwei, äh, ich glaub, zwei Varianten haben sie davon rausgebracht, aber ich hab nicht eine einzige vollständig gehabt. Ich mein, da war viel drin, aber ich hab's leider nie komplett geschafft. Ähm, ja, äh, generell würde ich sagen, DC, davon hab ich auch am meisten im Haus. Ähm, das liegt aber auch daran, das, äh, muss man einfach so sagen, das sind auch mehr so die ersten Figuren aus dem Verlagshaus gewesen, die die größten und erfolgreichsten Filme hatten, weißt du, so, ähm, Christopher Reeve Superman, ähm, Batman, ja, okay, mit seiner, äh, Fernsehserie, die 66 gemacht wurde, wobei die hierher erst in den 80ern lief. Das heißt, das war für mich als Kind noch relativ frisch, sag ich mal, ähm, ja, dadurch ist die Liebe zu DC natürlich ein bisschen größer irgendwie, aber, na klar, es gab dann ja auch Spider-Man und X-Men-Zeichentrickserien Anfang der 90er und meine Großmutter hatte mir so ein herrliches Condor-Album mitgebracht, wo, ähm, ja, genau, Story und Zeichnung von Todd McFarlane waren und, äh, da trat auch Wolverine auf. Und, ja, dass das natürlich irgendwie später wichtig werden sollte, wusste ich da noch nicht. Ich glaube, das war 91, da habe ich ja noch nicht mal lesen gelernt. Ich bin ja erst 92 in die Schule gekommen und, ähm, das war schon ein Mega-Comic-Buch. Spider-Man ging halt immer irgendwie, ne, also, da konnte ich nie was dran aussetzen, aber generell sammle ich eher die DC-Bücher. Okay. Und was liegt gerade auf deinem Nachttisch? Ähm, da liegt der, da liegt der erstaunliche Spider-Man von Chip Zadarski, der Sonderband Nummer 1. Das lese ich gerade nochmal, weil ich hätte jetzt der erstaunliche Spider-Man, ach nee, nicht der erstaunliche Spider-Man, äh, der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft gelesen. Ähm, das ist eine Neuerscheinung bei Panini und die hat so richtig Lust gemacht, einfach nochmal ein bisschen Spider-Man zu lesen, weil die hat halt so Peter, ich sag mal, in einer eher nachbarschaftlichen Umgebung gezeigt. Zwar auch mit einem großen Bösen, was es, was es so, ich sag mal, zu bekämpfen galt, aber schon auf einer sehr persönlichen, menschlichen Ebene, was da so zwischendurch läuft. Und auch, ähm, die Beziehung mit seiner Tante May, natürlich, die Frau ist in Heften, äh, relativ alt und klar kommt dann das ein oder andere Gebrechen dazu, aber wenn man halt selber als, äh, ja, mehr oder weniger erwachsener Mensch auch in der Situation ist, dass, äh, in der Verwandtschaft ältere Leute sind, um die man sich Sorgen macht, dann ist das schon ein krasser Identifikationspunkt. Und da haben die mich schon bekommen, die Drecksäcke. Also, nur hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal so in einem Umfang geschehen würde, aber da war ich voll dabei bei dem Buch. Okay, hört sich interessant an. Also, mein Lieblings-Superheld ist auch Spider-Man, obwohl ich gegen Spinnen absolut was habe. Also, wenn eine in meinem Haus ist, dann muss die weg. Aber Spider-Man ist auf jeden Fall super cool. Ja, siehste mal. Und welchen Film Spider-Man mochtest du am liebsten? Tobi Maguire war damals einfach super. Also, der Film war klasse. Wann war der nochmal rausgekommen? Ich glaube, da war ich so zwölf. Und das war ja so einer der ersten Superhelden-Filme, die ich gesehen habe. Und der hat mir einfach so gut gefallen. Also, ich finde, die sind, ja, mehr oder weniger gut oder schlecht gealtert. Ich weiß nicht, wenn man sich die heute wieder anguckt, sind die schon ein bisschen trashig. Am besten gefällt mir aber doch allerdings Tom Holland, weil er einfach dieses Jugendliche hat. Dieses Unschuldige, Freundliche. Und das ganze Wesen von diesem Schauspieler ist Spider-Man irgendwie. Ich weiß nicht, der ist einfach der absolut beste Spider-Man. Für mich persönlich. Okay, Spider-Man 1 kam 2002. Ja, genau. Da war ich zwölf Jahre alt. Ja, müsste ich halt irgendwann auch nochmal gucken. Ich habe da schon Lust zu, gerade nach dem Spider-Verse-Animationsfilm. Aber, ja. Nee, also, ich verstehe, wieso man Tom Holland cool findet. Ich meine, ich mag den ja so auch. Mein Problem ist allerdings, dass es keinen Amazing Spider-Man 3-Film gibt. Und das fuckt mich für immer so ab. Entschuldigung, das muss ich jetzt mal so sagen. Aber das wird mich, glaube ich, mein Leben lang verfolgen. Weil, ähm, ich fand halt die Filme an sich gut. Ich meine, das war mal wieder ein bisschen zu viel Bösewicht-Zeug bei Amazing Spider-Man 2. Aber ich fand Andrew Garfield cool. Ich fand auch, ähm, Emma Stone als Gwen Stacy super toll. Ja, ähm, ja, ich meine, ich mochte die Figur sowieso in all ihrer Tragik und so weiter. Und dann auch noch so mit der Schauspielerin das zu sehen, das fand ich natürlich richtig cool. Aber, ja, dann ging es niemals weiter. Ich meine, ich hoffe ja, dass irgendjemand so bekloppt ist und sagt, komm, wir machen jetzt zur Fortsetzung ein Comic-Buch-Format. Halt ein abschließendes Buch, so mehr oder weniger. Es hat, ähm, ich weiß nicht, ob die es direkt in Auftrag gegeben haben, aber für Sonys Terminator Salvation mit Christian Bale, da gab es auch ein Fortsetzungs-Comic-Buch, was die Handlung echt sehr rund abgeschlossen haben soll. Ich meine, ich kenne nur eine grobe Zusammenfassung davon und es klang echt gut. Und das wäre auch für einen Film wunderbar gewesen. Deswegen denke ich so, das ist ein Medium, wenn man das kann und darf von allen Rechtenhabern aus, ob die Storyteller oder Regisseur da nicht hingehen und sagen, ey, lass uns das mal so übertragen. Weil das hat, ja, also Quentin Tarantino hat das ja schon gemacht mit Django Unchained, da gibt es ja auch ein Comic-Buch von, wo sogar ein paar Extrapassagen drin sind, die so überhaupt nicht im Film sind, was schon sehr cool ist. Oder, ähm, Darren Aronofsky, ich weiß gar nicht, wie der Typ der Black Swan gedreht hat. Der hat den Film, The Fountain, der ist mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Ah, ich liebe den. Ich liebe den Film. Ja, ich auch. Den hassen so viele, den Film, aber ich finde den mega gut. Ich finde den auch super toll und das ist witzig, ich habe nämlich genau gestern noch mal den Soundtrack davon mir auf Spotify runtergeladen, auf mein Handy. Wie ich in dem Auto hören wollte unbedingt. Der ist so schön. Also die Jungs, die den Soundtrack gemacht haben, die sind sowieso richtig gut. Da musst du mal von Mass Effect 3, ich glaube der Track heißt, This is the Hand oder irgendwie so. Ja. Oder All Things, keine Ahnung. Das ist auch von dem Typen, der den Soundtrack für The Fountain gemacht hat und das merkst du an dem Track auch, aber der ist auch richtig gut. Dafür musst du das Spiel noch nicht gespielt haben, um die Musik schön zu finden. Ähm, The Fountain. Ah ja, genau, weil der Regisseur, der hatte da eigentlich einen Deal mit Warner Bros. wohl gehabt und, ähm, Cate Blanchett und Brad Pitt sollten da die Hauptrollen spielen. Oder ist das, nee, jetzt bin ich bei Benjamin Button, glaube ich, aber Brad Pitt sollte da auf jeden Fall die Hauptrolle spielen. Und dann ist irgendwie die Finanzierung total gestorben von dem Film und hat da gesagt, nee, so kann ich das nicht machen. Ähm, und dann hat er das auch erst mal als Comicbuch rausgebracht, die Story. Okay. Die unterscheidet sich ein kleines bisschen vom Film, ist aber schon so, äh, artistisch gesehen ein kleines Meisterwerk. Und, ähm, auch wenn man den Film kennt, kann man das ruhig nochmal, äh, lesen, weil es auch als Comic wunderbar funktioniert und auch echt klasse aussieht. Bei Buffy, was ich im Moment, ähm, wieder durchsuchte, ähm, gibt es jetzt dasselbe. Und zwar eine Fortsetzung in einer Form von entweder was ein Roman oder ein Comic. Ich glaube, es war ein Comics. Comics. Die machen, äh, die haben, äh, die haben, äh, die haben, ich glaube, bis zu einer Staffel zwölf, haben die das in Comics rausgebracht. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele das sind. Und die haben auch bei Angel weitergemacht, ähm, aber nicht alles davon ist auch auf Deutsch erschienen, das ist ein bisschen blöd. Ähm, es gibt aber auch jetzt so eine Art Buffy-Reboot, also in Grunde die gleichen Charaktere, auch optisch so angepasst an die Schauspieler, die sie früher gespielt haben. Aber ein bisschen mehr up-to-date, also, ich sag mal, das Smartphones sind da halt auch schon ein Thema und bei Buffy gab's das ja noch nicht. Ganz früher zumindest, ne. Ähm, doch, das, äh, fand ich cool. Da hab ich auch ein paar Bücher von da. Ich glaub, die 8. und die 9. Staffel hab ich komplett. Aber die 9. ist ein bisschen, da ist das Ende so ein bisschen blöd. Die hat auch, äh, nicht so viele Bände. Mhm. Das war dann nicht ganz so cool. Bei Angel war es natürlich ein bisschen krasser, das zu lesen, weil, die verdammte Serie, von dem ja total auf dem Cliffhanger endet. Ehrlich gesagt, hab ich die noch gar nicht, Ja, ich hab die noch gar nicht zu Ende geguckt. Aber es macht nichts. Sag ich nichts weiter. Dann, äh, ich will's mir nicht, äh, so versorgen. Wie der Michael. Ja. Ja. Ja, heißt das im nächsten Podcast. Und, eng gehen. Du Drecksack! Nein, ist alles gut. Das würde ich nie sagen. Dann spreche ich weiter. Nein. Fürs Fluchen bin ich hier zuständig. Okay. Ja, also. Ja, aber das ist natürlich auch eine coole Variante, ähm, eine Serie oder einen Film so zumindest weiterzuerzählen. Und das, also sofern es auch sinnvoll ist, das zu tun, inhaltlich. Ja, so medienübergreifend, das kann schon manchmal ganz spannend sein, weil man einfach auch andere Möglichkeiten des Erzählens hat, gerade bei Comics. Ja, also, ähm, ich fand auch, wo waren das? Star Wars Shadows of the Empire. Das war ja auch so ein multimediales, ähm, ja, eine multimediale Kampagne im Grunde. Also, es gab ja das Computerspiel, was ja auch für Konsolen rauskam, für das Nintendo 64 und sowas. Ähm, nee, umgekehrt. Das gab es zuerst für die Konsole und später kam es für den PC. Und dazu gab es dann ja auch Soundtracks. Und das Geile war ja, früher bei den PC-Spielen, da konntest du von den PC-CDs, also, die du da hattest, wo das Spiel drauf war, auch den Soundtrack separat anhören. Aber davon abgesehen, dazu gab es auch einen Roman, Comics, Spin-Off-Comics. Also, das war so, ähm, was, wo, ja, Lucas Entertainment oder Lucas Arts das schon sehr weit gefächert haben mit einer Story. Das war eigentlich sehr cool. Das machte Spaß. Ja, es war schon ein bisschen her, aber, wobei ein aktuelleres Beispiel ist, ähm, das Spiel Star Wars The Force Unleashed. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, aber es ist vielleicht ein bisschen aktueller für einige Leute. Wenigstens für die, die nach 1995 geboren worden sind. Okay, da zählen wir jetzt nicht mehr zu, aber... Nee, das nicht. Ja. Naja, apropos Aktualität, ähm, jetzt bald, äh, startet ja schon die Con-Saison, beziehungsweise, äh, die Magic Con findet bald wieder statt in Bonn. Bist du da auch zugegen? Ähm, nein. Das werde ich auslassen. Nicht, weil ich keine Lust hätte, aber ich muss halt irgendwie mal ein bisschen sparsam sein. Und, ähm, ja, war ja jetzt letztlich auch schon in Brüssel auf der Comic Con. Dann ist, äh, diesen Monat noch eine Filmbörse, wo ich mit als Ghostbusters-Aussteller da bin. und dann kommen ja noch die CCXP, die FatCon und haste nicht gesehen, was nicht noch alles passiert. Aha, also, das heißt, wir kommen jetzt mal zu unserem, äh, Hauptthema Cosplay, was ja eigentlich so der Kern dieses Podcasts sein sollte. Ähm, genau, und du bist nämlich bei den Ghostbusters dabei, auch als Ghostbuster. Richtig. Ja, das ist, das ist jetzt weniger, ähm, ich sag mal, wirklich so einen anderen Charakter darstellen. Ja, was ja eigentlich so der Sinn auch so ein bisschen von Cosplay ist. Ähm, ich meine, ich ziehe dann ja ein Overall an, auf dem auch mein Name draufsteht und so. Mhm. Das ist auch, was ich Karneval den Leuten auf der Arbeit gesagt habe. Leute, ich bin nicht verkleidet. Das ist meine Geister-Ego-Uniform. So ungefähr, ne? Also, ähm, ja, es ist dann halt schon, ähm, nicht so, dass ich dann versuche, jetzt einen auf Bill Murray zu machen. Das schafft sowieso kein Mensch. Ich hätte eher das Gefühl, ich wäre dann Dan Aykroyd, also Ray Stance von den Geisterjägern. Aber nicht, dass das was Schlechtes ist, aber das hat dann halt mehr so was, naja, nicht Trotteliges, aber treu-doofes vielleicht auch an sich. Keine Ahnung. Ja. Aber das macht ganz viel Spaß. Es ist ein bequemer Look. Also von daher... Ja, finde ich auch. Immer wenn es geht, schlüpfe ich da rein. Ähm, da tut sich mir die Frage auf, wie ist das mit dem Protonen-Päckchen? Hast du das selber gemacht? Hast du das irgendwo gekauft? Oder wie läuft das mit diesen Teilen? Weil ich glaube, die sind gar nicht so einfach zu bekommen, oder? Ähm, so komplett fertige, glaube ich, kriegst du, wenn du es wirklich in einem Film-Maßstab haben willst, nicht, also die verkauft keiner. Es gibt halt, ähm, Kids, also, ne, ich sag mal, da ist dann zwar alles drin, was du brauchst, aber es gibt nicht das fertige Proton-Pack. Es gibt zwar etwas kleiner, skalierte, ähm, Päckchen, aber die sind, äh, hier gar nicht so zu erwerben. Ich weiß, Comic Cave hatte mal welchem Angebot, aber die waren halt so schnell weg durch die Vorbestellung, dass konntest du knicken. Das war auch, weil der Preis war einfach sehr gut. Weil wenn du es sonst jetzt importieren lassen würdest, dann bist du mit Zoll echt ziemlich, naja, im Po gekniffen. Ähm, aber es gibt natürlich auch jede Menge kreative und handwerklich begabte Leute in der Ghostbusters-Community. Und, ähm, ich gehöre nicht dazu. Also, ich hätte da auch nicht wirklich die Geduld zu gehabt oder wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und einer von den Jungs, der baut, äh, halt aus Holz, kombiniert mit ein paar 3D-gedruckten Teilen. Und, ähm, ja, der hat dann das nette Päckchen von mir zusammengezimmert. Hat jetzt leider keine Soundeffekte, weil das ist dann halt auch noch mal was, was man extra holen muss und so weiter und so fort. Aber die Lichteffekte und so, das ist schon ganz cool soweit. Und, ja, also habe ich es bauen lassen. Und es war aber halt auch immer noch günstiger, als, ähm, ein teures Kit zu kaufen. Mhm. Naja, ich finde das völlig legitim. Also, warum, man muss sich nicht immer die Mühe machen und alles selber machen, sondern man kann das auch einfach ein bisschen outsourcen. Ja, ich meine, das ist halt so, ähm, im Grunde so ein bisschen in der Gruppe, ähm, bringt ja jeder irgendwelche Kompetenzen eventuell mit. So, jetzt ist der eine vielleicht im Vorfeld, äh, produktiver als andere. Ne, aber dann ist ja auch die Frage, wie packst du dann später mit an? Bist du beim Abbauen dabei von einem Stand? Mhm. Äh, kannst du fahren oder so? Kannst du was mitnehmen wenigstens im Auto oder sowas? Ja. Das sind dann ja alles so Dinge, die dann dazukommen. Ich meine, ich bin, ähm, immer ein bisschen, äh, vom Glück verfolgt, sage ich mal, weil ich nicht, äh, direkt daherkomme, wo die Kerngruppe, herkommt, ne? Das heißt, wir treffen uns halt immer vor Ort und dann kann ich wenigstens ein bisschen mit anpacken, wenn wir mal was abbauen oder so. Mhm. Ja, aber so an sich ist das, äh, schon eine sehr coole Truppe. Wir waren ja auch, ähm, oder ich war ja auch mit einigen davon, von den We Are Ghostbusters in, äh, Brüssel auf der Comic-Con und da sind wir dann ja auch mal da zu dem Comic-Con Ghostbusters-Stand vor Ort gegangen. Das war eigentlich auch ganz cool. Da haben wir auch ein paar Gruppenbilder gemacht, auch wenn wir halt nicht im, äh, in Uniform vor Ort waren, aber das war dann schon so ein ganz netter Austausch auf internationaler Ebene. Sehr cool. Also, ich finde das immer total toll, wenn man so diese Cosplay-Gruppen auf den Cons sieht. ähm, ähm, ich bin dann immer ein bisschen neidisch, ich würde auch gerne mal zu so einer Gruppe gehören. Ich freue mich immer für die Leute, die dann da, ähm, einfach so, ja, so ein Fandom irgendwie repräsentieren, sei es hier die Star-Wars-Leute oder diese Wasteland-Variors, die finde ich auch ziemlich cool. Ja, also ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer, da mit reinzukommen, oder? Also, wenn man da mitmachen möchte, dann geht man einfach auf euch zu und fragt nach oder wie läuft das? Nee, erstmal muss man so ein Bewerbungs-Hummel ausfüllen, weißt du? Dann nehme ich noch ein Maßband, nein, äh, 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 so ist das nicht. Nee, da kann man dann wirklich ansprechen oder halt einfach kommen und hi sagen und mit dabei bleiben, vielleicht, solange man Lust hat, ne, ist ja auch eine Möglichkeit, ähm, also, bei uns ist im Grunde immer jeder willkommen, wir freuen uns dann tierisch und, äh, versuchen dann ja auch so ein bisschen, ja, die, äh, die Stimmung insgesamt zu heben, ne, also, merkst gerade, ähm, bei den Geisterjägern, ich meine, mal gibt es auch Leute oder Conventions, wo ich dann denke, ja, okay, ist das jetzt hier ein Flop oder so, ne, ich meine, es hat jetzt noch nicht unbedingt erlebt, ähm, aber ich weiß noch, Frankfurt auf einer Comic-Con, da war, da waren ja überhaupt keine Geisterjäger und, äh, da haben sich sogar, also, auch, ähm, wirklich ältere, erwachsene Menschen darüber gefreut, einen zu sehen und sowas, ne, oder ein paar Kinder, die am Boden saßen, riefen dann einem hinterher, who you gonna call, ne, und sowas und ich dachte mir so, okay, cool, ähm, das war dann schon, ähm, wirklich ein enormes Feedback, ich meine, die Leute, die kommen ja auch immer am Stand vorbei, gucken sich alles sehr interessiert an, stellen dann ja auch Fragen zur Ausrüstung, ob die da selber gebaut ist oder so, oder wir haben dann ja auch unsere Schleimdöschen da, wo dann mal mit rumgespielt wird und meistens haben wir auch, ähm, Twinkies und so am Start, wie die halt bei Ghostbusters 1 auch, äh, ein Essen, also gibt's dann auch was zu essen bei uns. Hast du mal so, so ein Twinkie reingebissen? Ich finde, das schmeckt überhaupt nicht. Natürlich hab ich ja schon mal reingebissen, aber wenn du halt, äh, sonst nicht wirklich was gegessen hast an einem Tag, wegen Anfahrt und allem, dann haust du ja auch ein Twinkie mal rein. Ja gut, dann würde ich dir auch essen. Kaffee ist das eigentlich ganz okay. Ja. Äh, wie war das? Es ist eine Snackrolle. Ja, oder so. Es gibt ja die erstaunlichsten Übersetzungen für Twinkies in, äh, deutschen Synchros. Ja, äh, also, es ist ja auch nicht überall ist dieses Produkt gleichermaßen bezeichnet. Also, ich war heute noch irgendwo, wo die es auch hatten, da war es ja auch nicht Twinkie, ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand. Irgendwas, bla bla bla, Roll oder sowas. Okay. Ja, bei Buffy ist es die Snackrolle. Ja, das klingt doch, äh, so, als können sie keinem Diabetes, äh, bescheren oder so. Ach, ne, nein, aber wie gesagt, wenn du mal, äh, in der Uniform irgendwo bist, dann kommst du vorbei. Auf jeden. Aber was war denn, äh, dein, dein allererstes Cosplay? Kannst du dich noch dran erinnern? Ich muss gerade überlegen, ob das dann auch so stimmt, wenn ich das jetzt so, doch, aber ich glaube, als allererstes war ich so als Logan unterwegs, also Wolverine halt. Mhm. Das war dann eine kleine Comic- und Manga-Convention in Düsseldorf und da hatte halt ein alter, äh, oder, ja, jetzt alter Bekannter von mir, der hatte dann da mehr oder weniger mit dem Organisator klargemacht, dass da auch ein kleiner Cosplay-Contest läuft und, ja, ich stach dann da so ein bisschen aus der Menge hervor, abgesehen davon, dass, ich glaube, die Konkurrenz bestand nur aus Frauen, die sich alle viel mehr Mühe gegeben haben als ich und, äh, vielleicht waren die auch nur halb so alt wie ich teilweise, das kam auch noch dazu, aber, weißt du, wenn du in Düsseldorf bist, dann musst du halt auch damit rechnen, dass du mehr so im Düsseldorf-Bereich oder Anime-Bereich da Cosplay umrennen hast und, ähm, die waren echt alle wirklich gut, wobei ich glaube, gewonnen hat eine in einem Vajana-Cosplay, oh, schön. dann kam ich und Platz 3 weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber es war schon eine coole Sache, ich war auch so leicht nervös und, ähm, das sieht man leider auf einem Video, was es davon gibt, nicht? Dann husche ich so über die Bühne mit ein paar Moves, knurre dann was rum und dann, äh, wirbel ich noch mal rum bis zur anderen Seite von der Bühne und dann saß da so ein kleines Mädel, die hat sich total erschrocken, da habe ich dann kurz gestoppt und ihr noch zugezwinkert und dann war alles okay. Da habe ich dann halt auch, äh, da den Cut gemacht, weil ich habe gedacht, von hier an kann es nur noch schlecht werden, so ungefähr. Das ist ja dein Natural Worn Cosplay. Du musstest ja nicht viel machen, oder? Nee, tatsächlich nicht, aber das war dann natürlich auch die Frage von der Jury, ähm, ja, die haben die Krallen dann gecheckt, das war damals noch ein Satz Krallen an so einem Plastikhandrücken, die sind zum Wolverine-Solofilm rausgekommen. Von der Form her waren die 1A, nur, ich hatte es bis dahin noch nicht geschafft, die umzubauen, sodass das so aussieht, als würden die halt einfach, ja, und ansonsten die Klamotten, die ich hatte, ähm, wie ich denen damals auch sagte, ich war in einem Alter oder bin in einem Alter, da hat man halt ein schwarzes Sakko und ein weißes Hemd und sowas im Schrank. Das ist dann ja nichts, was ich extra schneidern gehe, ne? Ja, klar. So, man hätte es vielleicht ein bisschen fleckiger machen können, hier und da, irgendwie mit Rot oder so, aber, gut, du willst ja auch nicht deinen Sakko versauen, deswegen, also. Nee, und er rennt ja auch nicht den ganzen Tag so durch den Film, also, das, ähm, beruht sich halt einfach an, ähm, kam da auch sehr gut an, aber ich sag mal, woanders war das auch eher, was, äh, ein Look, der untergegangen ist. Ich meine, 2017 habe ich das samstags zur Comic Con angehabt und, ähm, also zur Großen in Dortmund und da fiel das überhaupt nicht so auf. Ich meine, das war natürlich auch der Tag, wo es mega voll dort war, ne, ähm, aber ja, das ist sonst was, wo die Leute sagen, ey, wo hast du deine Krallen gelassen? So, oder, ähm, genau, das war auch auf der Comic Con in Brüssel, da habe ich ja, ähm, zwei Schauspieler getroffen zum Duoshoot, Paul Schreyer und Jason Navi, das waren so die, die Kult-Comedy-Bullis bei, ähm, den ersten Power Rangers-Staffeln und dann begrüßte der eine mich schon mit Hey Logan und gab mir die Hand und ich so, what? Und er, yeah, you totally look like him, why don't you cosplay him und so weiter, der war total entsetzt und enttäuscht und da habe ich ihm gesagt, ja, ich muss heute Morgen früh aufstehen und war sehr faul und sowas, aber er sagt, ja, du siehst da total aus wie der und nur ein bisschen jünger und ich so, naja, komm ey, die grauen Strähnen habe ich hier aber schon, ne, so, also es war echt ein nettes Gespräch, waren nette Jungs und, ähm, ist natürlich cool, wenn, ähm, man das immer noch hört, hat, also selbst, wenn man nicht so rumrennt. Ja. Ja, dein natural Cosplay, jeden Tag. Oh ja. Deswegen kannst du dich auch so mit dieser Figur, äh, identifizieren. Ja, natürlich, dieses Lyle, klein sein, haarig sein, absolut, ey. Schlechtes Gedächtnis, ja, nein. Ja, aber wobei, ich bin mehr in der Comicvorlage als Hugh Jackman, weil der Original Wolverine in den Comics, ist ja irgendwie nur so 1,62 oder 1,63, ich weiß es nicht mehr, ist ja ein sehr kleiner Typ. Okay, ich bin jetzt wenigstens 1,70 Meter, ja, also, ich bin immer noch zu groß eigentlich, um den akkurat darzustellen. Aber Hugh Jackman war schon super, dass er es gemacht hat. Ja, ich fand den auch ziemlich gut. Der kam ja auch so zu der Zeit raus, wo der Spider-Man rauskam, war ja auch so ungefähr, so ungefähr die gleiche Zeit, wo die X-Men-Filme rauskamen, das fand ich auch damals ziemlich cool. Ja, das war, ja, ich glaube, der war, X-Men war sogar ein bisschen früher. Kann sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der nicht 2000 oder 2001 war, weil, 2000, ich habe es gerade nachgeschaut. Genau, weil Ian McCallion, der ja Magneto gespielt hat, der musste zu der Zeit schon zu Dreharbeiten für Herr der Ringe oder für Nachdrehs nochmal nach Neuseeland, wieso das Making-of bei X-Men 1 so witzig ist, wenn du siehst, dass die einfach so ein total schlechtes Stand-in in einer Szene drin haben und die Magneto von hinten zeigen und du siehst einfach mal, dass das so voll die schlechte graue Perücke ist. Aber gut, der Film, der ist auch nicht mit dem Wahnsinnsbudget gedreht worden, was man später so hatte. Ja, da fing das ja auch gerade erst an, so mit diesen ganzen Comic-Verfilmungen und dass das so erfolgreich werden würde, hat sich vielleicht auch keiner so in dem Moment gedacht. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ganze MCU und die ganzen DC-Filme, was da für ein Aufwand betrieben wird, wie viel Geld da reingesteckt wird und wie, ja, wie gut die abliefern. Also jetzt gerade Endgame oder so, das sind schon krasse Filme. Ja, aber ich finde ja, ja, das Problem ist jetzt mittlerweile auch, wohl, das habe ich, das verstehe ich schon seit ein paar Jahren nicht, wie so gewisse Filme Flops sind. Ja, also, weil jetzt auch bei dem letzten Star-Wars-Film haben die auch gesagt, ja gut, hast du eine Milliarde eingespielt, aber so richtig geil, ist das Ergebnis nicht. Ja, gut, den will ja jeder sehen, egal was passiert, trotzdem will den jeder sehen. Ja, ja, aber ich meine jetzt, ähm, das Ergebnis, also, dass das nicht geil ist vom Einspiel her, wo ich mir dann denke, Leute, das ist eine Milliarde Dollar, was wollt ihr denn noch? so, ne, so, ne, und das ist ja wirklich so dieses, ähm, Hollywood-Problem auch irgendwie, wenn der Film nicht eine Milliarde einspielt, ist er scheiße. Das, ähm, war ja zum Beispiel bei Amazing Spider-Man 2, so, der Film hat, ähm, ein bisschen mehr über sieben, als 700 Millionen Dollar eingespielt, ich weiß, mit Werbung und so weiter und so fort ist der Gewinn sehr gering. so, aber der Film, der hat damit 100 Millionen Dollar mehr eingespielt, als, ähm, ich glaub, ne, Man of Steel damals, der ja quasi das neue DC-Filmuniversum so begründet hat und man sieht ja, was DC dann gemacht hat, die gehen ja immer noch hin und drehen Filme, ja, und nicht jeder von denen nimmt eine Milliarde ein. Shazam zum Beispiel war ja auch finanziell jetzt nicht der stärkste Film, hat aber wenigstens bei der Kritik nicht so total versagt. Ja, den fand ich total gut, der hat mir echt Spaß gemacht. Ja, der war auch, der war richtig super, der Film. Ja, der war richtig lustig und wirklich sehr unterhaltsam. Die Geschichte war auch mal was anderes, war super. Ich weiß halt nicht, wo der gescheitert ist, ne, aber, ähm, das, das ist halt das Problem, solange der Film nicht eine Milliarde macht, ist es ein Flop. So, und ich war zum Beispiel bei Justice League ja auch, dass der Zack Snyder Cut rauskommt. Ich rechne zwar nicht damit, dass es in naher Zukunft passiert, aber ich denke, das wird auf jeden Fall irgendwann mal kommen. Weil so andere Werner Bros Filme wie, ähm, Blade Runner, die sind ja auch erst nach circa zehn Jahren in noch mal einer überarbeiteten Fassung rausgekommen. Mhm. Oder, ähm, auch ein Superman-Regisseur, Richard Dorner, der den ersten Teil gedreht hat mit Christopher Reeve und viel vom zweiten Teil, der hat ja auch erst, äh, viel, viel später, ich glaube, erst in den 2000ern, durfte der noch mal Hand an Superman anlegen, um seinen Final Cut davon rauszubringen. Mhm. Ja. Und, äh, dadurch, äh, ist sogar eine Szene da reingegangen, die eigentlich nur eine Probe war, aber damit man die Story so erzählen kann, hat er dann eine Szene von den Proben da reingeschmissen. Die unterscheidet sich jetzt ein kleines bisschen, ja, man sieht dann, dass die Frisur von Christopher Reeve irgendwie anders ist oder so, aber immerhin, er durfte seine Vision davon verwirklichen und, äh, viele haben es ihm gedankt oder dem Studio. Ja. Ja, das ist manchmal scheiße. Ja, die sind, ja, Warner ist da sowieso ein bisschen sissy-haft, ich weiß auch nicht, was die haben, ist genauso wie mit, ähm, ja, hier, mit fantastischen Tierwesen, das, der letzte Film davon hat auch nicht so viel Geld eingespielt. Ah, der war auch unglaublich so. Und dann bauen die sich lieber eine ewige, ja, da gab es Sachen, die fand ich nicht so gut, aber insgesamt, ähm, hatte der viele Dinge, die ich gut fand, also ich fand es besser irgendwie als den ersten Teil, der hat mich nämlich, nicht gelangweilt, aber ich fand den zu lang irgendwie und dann bei Teil zwei, ja komm, vielleicht ist der ja der Bruder von der Schwester oder auch nicht und dann ist da noch was mit einem Kind, was immer auf dem Schiff ist und, weißt du, so viel für nichts im Grunde. Ja, also, die erzählen und exponieren sich zu Tode und dann kommt ja am Ende dann noch so ein Kracher und der hätte ja schon gereicht. Ja, eine Harry Potter-Universum in allen Ehren, aber ich fand beide Filme jetzt, also filmisch gemacht sind die ja ganz gut, ne, also so die ganzen Effekte und so weiter, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, die sind natürlich super, aber so, was, was von der Story her, äh, da erzählt wird, ich weiß nicht, die sind ja, sollen ja fünf Filme werden, ich bin mal gespannt, wie das am Ende sein wird, wie das ausgehen wird, ähm, ich fand jetzt den Grinderwald-Film irgendwie, ja, es hat mich einfach nicht überzeugt. Das Schlimme ist ja, bei beiden Filmen, ich finde den Hauptdarsteller, also, oder den Hauptcharakter, Newt Scamander, überhaupt nicht interessant. Ja, der ist wirklich sehr langweilig. viel cooler sind eigentlich die ganzen Nebenroller, äh, Nebenroller, äh, die Nebenrollen hier, Dan Vogler als, wie heißt der, der den Bäcker spielt, den er da kennenlernt und so, der dann sich da so schwer verliebt und sowas in die eine Hexe. Siehst du, mir fallen schon nicht die Namen ein, so, äh, und wichtig sind diese Filme für mich, ja, genau, Queenie, so, ähm, aber zum Beispiel der Typ, der halt den Kerl da spielt, den finde ich mega gut und Queenie fand ich im ersten Film auch super gut und bei Teil 2, Jude Law als junger Dumbledore, das ist eine mega gute Idee. Ja, man möchte halt auch wirklich mehr über Dumbledore erfahren und man möchte auch viel mehr über die Beziehung von Dumbledore und Grindelwald erfahren und man möchte auch gerne mehr über Grindelwalds Verbrechen erfahren, weil so heißt dieser blöde Film ja auch, aber man erfährt einfach nichts und man sieht auch keine Verbrechen. Man sieht, dass er aus dem Gefängnis abhaut, ja, toll, aber es geht einfach nicht um Grindelwalds Verbrechen in dem Film. Ne, irgendwie nicht. Es geht nur darum, dass der irgendwie, ja, ach Gott, ich, ich finde das ist ja schon so ein bisschen, äh, eine gewisse Metapher, wie der sich da seine Anhängerschaft aufbaut und so weiter und so fort und seinem Extremismus, ne, ich meine, das finde ich ja irgendwie auch cool, aber so richtig böse ist er ja auf, ja, weiß ich auch nicht. Ja, das, das kommt noch nicht so raus, ne, man, äh, kauft es ihm noch nicht so ab, ähm, vielleicht entsteht da auch gerade erst so diese, ich meine, er saß ja schon wegen Verbrechen, also das, der Gesang, den ich jetzt gerade hatte, machte so also keinen Sinn, also, er ist ja richtig böse, deswegen war er ja auch, äh, ne, schon hinter Gittern, ja, aber warum und was hat er gemacht und, äh, und überhaupt, also ist das alles ein bisschen schwammig. Ja, vor allen Dingen finde ich auch, das sind ja so Dinge, die da passieren, ja, wie, wie, ähm, sag schon, wie krass kann es da noch werden, weil das sind ja alles ansonsten Dinge, die du theoretisch in den späteren Filmen ja überhaupt nicht mitkriegst, wirklich, ne, also kann ja der, äh, Impact, den, das da haben soll aufs Harry Potter Universum, der kann ja am Ende gar nicht so groß gewesen sein. Ja. Außer, die sind total irre und bringen es ja noch irgendeinen Scheiß mit einem Zeitsprung, oh, bitte nicht, reinzuknallen. das ist immer so die Lösung für alles, oder? komm, wir machen jetzt mal eben, ähm, Zeitmaschine, ähm, Zeitumkehrer, ähm, wie bei Harry Potter and the Christ Child, ne, äh, aber so ist es ja, ich mein, das, das ist ja dann so, wenn die sich, wenn alles noch schlimmer wird und die sich dann überlegen müssen, scheiße, wie retten wir denn jetzt alles, wisst ihr was, wir gehen jetzt zum Cursed Child Moment und dann sehen wir den alten Daniel Radcliffe oder so, ja, ich mein, guck mal, noch ein paar Jahre, bis Teil 5 kommt, dann ist er auch alt genug, um, ja, dann ist er wirklich, sich selber in Alt zu spielen. Ja, richtig. Ja, gut, ein bisschen. Wahrscheinlich sieht er dann noch nicht mal so alt aus, wie der in dem Film da aussah, aber, ja, boah, die Endszene in den Harry Potter Filmen, wo die die auf Alt geschminkt haben, ey, das ist so schlecht, aber gut, es gehört dazu. Ja, also, es könnte schlimmer sein, aber es ist auch nicht so optimal irgendwie, aber bei den Harry Potter Filmen fehlt mir sowieso viel zu viel aus den Büchern. Ja, für mich sieht die einfach nur so eine bildliche Ergänzung, so. Ja, wobei ich meine, dass du den, das Cursed Child, ne, das Krass ist daran, also fand ich, dass, du kannst das ja sowohl als Achten teilnehmen, wenn du nur die Filme kennst, als auch die Bücher. Mhm, ja. Weil da nichts passiert, was jetzt erheblich das Filmuniversum, ja, kratzen würde, aber auch zu wenig. man würde alles verstehen, ja. Ja, so, und das, da dachte ich mir so, ja, von wegen so offizieller Achterteil, damit hast du jetzt ja Film- und Buchfans Geld aus der Tasche gezogen, egal was passiert. Ja, so ein bisschen, ähm, viel Vermarktungsstrategie ist da ja mittlerweile dahinter. Ja, das stimmt, ähm, wobei ich halt sagen muss, ich hab ja Harry Potter and the Cursed Child letztes Jahr im November in London gesehen, und es war wirklich. Ich hasse dich. Es war wirklich. Wir beenden das Gespräch. Es war so schön. Ähm, jetzt gibt es das ja auch in Deutschland, in Hamburg läuft es ja jetzt, und, ähm, ich war aber eigentlich ganz froh, dass ich es auf Englisch gesehen habe, weil ich hab das Skript, ähm, geschenkt bekommen, und ich hab das auch gelesen, und das fand ich richtig blöd. Es hat mir absolut nicht gefallen, aber jetzt, wo ich die Umsetzung gesehen habe, verstehe ich es auch viel besser, weiß, was da gemeint ist, und es ist einfach wirklich magisch, also, das, da lohnte sich jeder, jeder kleine Penny lohnte sich, und das geht ja wirklich sehr lang, das Stück, das sind ja zwei Teile, also du kannst es entweder an einem Tag durchgucken, was ich nicht empfehlen würde, sondern an zwei Tagen würde ich es angucken, und das ist so toll, also, wenn du die Möglichkeit hast, fahr nach Hamburg, guck dir das an, das ist mega. Ja, mal sehen, irgendwann, wenn ich mal mich alleine dazu aufraffen kann, das zu tun, dann, schnapp dir irgendwen und fahr zusammen. Na, ich hab dafür niemanden so wirklich. Keine Harry Potter Fans? Nicht sogar, nicht, nee, nicht wirklich. Schade. Schon allein das Problem ist, ich hab sowieso so begrenzt Urlaub, weil viele von den Tagen einfach fix sind, von der Arbeit aus, und, ja, mal gucken. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, vor allem, wenn man irgendwie an die Ferien gebunden ist oder so, dann ist es natürlich auch immer teurer, also immer ein bisschen blöd. Ja, daran soll es sich unbedingt scheitern, aber das ist halt trotzdem ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, weil ja auch viele gar nicht dann frei haben, wenn ich frei habe und so, aber, ja. Ich hoffe halt, es gelingt mir natürlich trotzdem irgendwie mal, ich hatte ja auch mal vor, vor letztes Jahr, als ich in London auf der Comic Con war, wirklich eine Woche London Urlaub zu machen, aber so nach und nach hat sich das dann alles irgendwie zerschossen, da war es auch zu teuer, eine Woche da zu bleiben, da hatte ich eigentlich auch gesagt, komm, dann mache ich das, und mache auch die Studiotour. Ja, das ist aber alles nichts geworden und im Endeffekt habe ich für mein London Wochenende so viel bezahlt, wie wahrscheinlich andere für eine Woche da, weil mein Flug ist auch ausgefallen und dann bin ich mit meinem Bekannten eine Nacht zum Teil und dann am Con Samstag morgens mit dem Zug Richtung Brüssel und von Brüssel aus mit dem Zug unter dem Meer nach London. Oh Gott. Und waren noch relativ zeitig auf der Con. Zwar erschossen, aber wir waren, halb zwölf Ortszeit waren wir drin, hatten noch nichts verpasst. Ja, war erst mal ein Roadtrip gemacht vorher. Ja, war geil, weißt du, da habe ich mir gedacht, boah, hätten wir direkt mal mit dem Zug gemacht, weil halt einfach mal gar kein Ersatzflugzeug vom Anbieter aus gestellt wurde und alle anderen Flüge, die online waren, die waren ja ratzfatz weggebucht oder kosteten mal eben 500 Euro. Ja. Ich meine, jetzt war die Fahrt mit dem Zug auch nicht günstig, aber ja, wenn man halt mit krass viel Geld in Vorkasse für Tickets und sowas gegangen ist. Ja, dann will man da ja auch unbedingt hin, ne? Ja, dann denkt man sich auch, ja komm, die 240 Euro, scheiß drauf, ungefähr. Ja, das ist ja jetzt im Moment genauso. Da wurde aus meinem 20-Euro-Hinflug dann ein 260-Euro-Trip und ich habe nichts ersetzt bekommen. Das war ein Problem der Flugsicherheit. Da kann der Veranstalter nichts für. Okay, verstehe. Ja, aber apropos enttäuschte Con-Besucher, also wir haben ja jetzt im Moment diese Ausnahmesituation mit dem Coronavirus und die Leipziger Buchmesse wurde ja deswegen abgesagt und im Internet gab es ja viel Aufschrei von den ganzen Cosplayern, die sich so darauf gefreut haben, hinzufahren, um sich mit ihren Cosplay-Freunden zu treffen, um natürlich tolle Fotos zu machen. Ja, und dann gab es irgendwie den Aufruf von so ein paar Cosplayern, dass man sich ja vielleicht doch trotzdem trifft am Leipziger Hauptbahnhof und ich glaube, das war sogar in der Bild-Zeitung. Ich habe bei Instagram gesehen, dass das in der Bild-Zeitung sogar stand. Also ich finde ja viel wichtiger, dass man darüber reden müsste, dass James Bond jetzt einfach mal auf November verschoben ist wegen dem Scheiß. Was? Das geht nicht. Ja. Oh mein Gott. Jetzt muss man sieben Monate länger warten und das Einzige, womit das fertige Produkt Geld generiert ist, wahrscheinlich durch die MP3-Verkäufe von Billy Eilish Song. So, und das Allerschlimmste ist, dass das jetzt sieben Monate sind, in denen sich alle verplappern könnten. Ja, das ist doch total bescheuer. Das macht doch absolut keinen Sinn. Ich meine, okay, ja, also auf der einen Seite macht es ja natürlich Sinn, bestimmte Veranstaltungen auch abzusagen, wenn es wirklich um die Gesundheit vieler Menschen geht. Und ich kann das auch verstehen, dass sie das jetzt auch gemacht haben. Viele Messen wurden ja abgesagt, auch hier in NRW bei uns, also in Köln wurden Messen abgesagt. Und das hat natürlich auch Sinn und Zweck. Aber dann so eine Art Protesttreffen zu planen, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, sich da einfach so dagegen zu stellen. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, trefft euch, ihr habt eure Hotelunterkunft schon bezahlt, ihr habt eure Anreise schon bezahlt, dann macht das, trefft euch da. Aber ich finde so einen Aufruf zu starten, so wir treffen uns alle da an einem öffentlichen Platz, das ist schon wieder so ein bisschen kritisch, weil dann sind es nachher wieder auf einmal über 200 Leute an einem Platz und dann ist das mit der Sicherheit auch wieder so ein Thema und dann muss wieder die Polizei da anrücken und das wirft irgendwie auch so ein schlechtes Licht auf die Cosplay-Szene, wie ich finde. Weiß nicht, da bin ich so ein bisschen in Zwiegespalten. Dann reden wir nochmal über James Bond. Ja, du hast recht, es ist natürlich so, wenn viele Menschen jetzt auf einem Fleck zusammenkommen, ist natürlich irgendwie der Eindämmungsgedanke dahin. Ich denke, es ist, ja, was heißt, also ich finde es ein bisschen blöd, dass das abgesagt worden ist. Ich war noch nie dort, ich weiß nicht, wie voll es ist, aber ich habe auch gelesen, es sind ja mehrere Messen, die was mit Büchern zu tun haben, einfach abgesagt. Ja, auch in Paris ist irgendwie La Jour de Livre oder irgendwie sowas. Ach, keine Ahnung. Kann auch sein, dass die Artikel jetzt alle falsch waren, die ich da verwendet habe. Es hört sich recht französisch an. Ja, die Aussprache ist einfacher, als das wirklich zu verstehen und zu lesen, also umzusetzen. Glauben, ja, ich habe mich ein bisschen in der Schule so durchgeschummelt. Ja, ich finde es ein bisschen doof, dass halt so Veranstaltungen abgesagt werden, ja, weil du bist einfach in einer riesigen Messehalle und kannst dich ja eigentlich relativ frei bewegen, wenn nicht irgendwie ein Ticket über Verkauf passierte. Umgekehrt werden Fußballspiele nicht abgesagt. Ja, das ist wieder ein bisschen Willkür, oder? Ja, da weiß ich nicht, nach welchem Maß da gemessen wird. Ja, weil, ja, natürlich, dann musst du halt selber wissen, ob du da hingehst oder nicht. Na, ich denke ja auch nicht unbedingt jetzt, also ich denke, du oder ich, wir hätten da jetzt wenig Probleme. Vielleicht hätten wir dann halt so ein bisschen Scheiß-Grippe-Symptome und der Tag wäre, oder ein paar Tage wären echt am Arsch. Aber man muss ja überlegen, man ist ja auch dann viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, ja, auch wenn du zu einem Stadion fährst oder auch zur Schule, ja, die sind ja jetzt hier auch noch eine Weile weiter geschlossen. So, und da fahren ja auch andere Leute mit. Ja, nicht nur, dass du auf engstem Raum mit mehreren Menschen zusammengequetscht bist, nein, es sind ja auch noch andere Fremde dabei, ältere Leute, Kinder oder was auch immer, die das vielleicht alles nicht so gut verkraften. Ja. Ja. Ich denke, so ein bisschen einen potenziellen Ansteckungsweg zu erkennen und dass das ja auch durchaus Sinn macht, das sollte jeder schaffen können. Ja, auch Cosplayer und ich kenne ja auch viele, die selber sich zu Tode nähen und machen und tun, Perücken so stylen, dass es geil aussieht und alles, ja, und die sagen auch, natürlich, ich verstehe das, wenn man das nicht cool findet, dass man dann da nicht hin kann, ist halt schade, ne, aber deswegen so auszurasten, dann, ähm, da denke ich mir dann auch, Leute, das sind eure Hobbys, das ist, oder eure Leidenschaft, ihr pumpt da eure Zeit und euer Geld rein, damit diese Sache, der, das Outfit steht und ihr so aussehen könnt, ja, so, ich denke, das, das ist ja gegeben, so oder so, aber nur, weil man dann jetzt hier nicht so, äh, schaulaufen kann und sich selbst ausstaffieren kann, weil eine Convention stattfindet, das ist irgendwie falsch, dann finde ich den Gedanken, sich dann halt so zu treffen, wenn das einem so wichtig ist, halt schon cooler, ne, unabhängig von, davon, dass man jetzt hier so ein Virus hat, ne, äh, aber so an sich, äh, dann sollen sie es halt so machen, das denke ich dann sowieso, weil ich bezahle ja nicht, ähm, für eine Con zwischen 20 und mittlerweile irgendwas 50 Euro Tageseintritt, nur um Leute im Kostüm zu sehen, weißt du, die ja sich das freiwillig so zusammengestellt haben und so dahin gekommen sind, weißt du, das ist ja so, ähm, sind es ja auch nur Privatmenschen, ne, ich meine, es gibt auch Leute, die können davon, mittlerweile ja leben, dass die halt, äh, so ausstellen, Kostüme machen, Werbung machen oder was auch immer, das ist ja auch cool, wenn man es ja geschafft hat, mit seinem Hobby, Kohle zu machen, aber das ist ja dann was anderes als Privatmensch XY, der dann halt viel Mühe und Zeit investiert hat und auch Geld und, ja, sich dann abfuckt, weil er, ähm, das halt nicht dann anziehen kann, wer hindert, was hindert den denn daran, irgendwie anders Fotos machen zu gehen und so? Mhm. Na, das ist doch ein geiles, äh, eine geile Sache, wenn du dich auch so mit jemanden treffen kannst und sagen kannst, ey, lass uns, ne, mal so eine Fotosession hier oder da machen. Ja, auf jeden Fall. Soll ich denke, dafür ist das doch auch gut. Ja, auf jeden Fall, nur muss es am, äh, Leipziger Hauptbahnhof sein, das ist dann die Frage. Also, ich würde mich generell nicht unbedingt lange an irgendwelchen Bahnhöfen aufhalten wollen. Ich meine, klar, ich habe mich auch am, ähm, Frankfurter Hauptbahnhof in der Sportsbar aufgehalten und da haben wir auch irgendwas geguckt und was gegessen und getrunken, das war cool. Ich müsste es nicht den ganzen Tag haben. Nee, ich musste auch einmal an einem Bahnhof übernachten, das war jetzt auch nicht so cool. Im Schlafsack. Neues. Nein. Ähm, ja, aber, das kann ja nicht, also, das, der, the place to be sein. Nee. Da kann man sich auch irgendwie was Schöneres ausgucken, nehme ich einfach an. Ja, vermutlich haben die das auch und ich habe einfach nur diese Schlagzeile gelesen. Das ist natürlich jetzt wieder so ein böses, böses Halbwissen von mir, was ich hier reinbringe. Ähm, aber ich hatte da auch einen schönen Rant gehört von, äh, Erlkos und, ähm, ja, sie hatte da, äh, lange drüber gesprochen und, ja, es war sehr interessant, ihre Meinung. Was zur, warum das abgesagt wurde, oder? Nee, war die, ähm, es ging halt darum, dass die Cosplay-Community, äh, so ein schlechtes Licht auf sich selber wirft, indem sie halt solche Veranstaltungen einfach aus dem Nichts herbeiruft und die Bild-Zeitung halt dann darüber schreibt und dann halt die Cosplay-Szene wieder so dargestellt wird, dass, äh, dass es halt so kleine Anime-Teenager sind, die, ähm, ja, trotzig sich da halt trotzdem treffen, um ihre Verkleidungen zu zeigen. Ähm, es ging halt einfach darum, ne, ähm, weil es gibt einfach so viele Cosplayer, die stecken natürlich sehr viel, ähm, Herzblut, ähm, Kreativität und natürlich auch können in ihre Kostüme, äh, jetzt nichts gegen Leute, die auch gekaufte Kostüme tragen, die, äh, stecken natürlich genauso viel Herzblut da rein, das zu tragen. Ähm, ja, aber diese Leute, ähm, bekommen natürlich dann auch irgendwie so ein Stigma aufgedrückt, wenn wieder in der, äh, Klatschpresse irgendwas Negatives über Cosplayer steht und es ging halt einfach darum, dass die einfach auch mal darüber nachdenken sollen, was das so, ja, bewirkt, wenn man einfach aus, äh, Jux und Dollerei dann sagt, nö, äh, wir treffen uns trotzdem alle und kommt alle da und dahin, ähm, weiß ich nicht, das ist so. Also, ein bisschen komisch. Wenn man sich privat dann trifft, um Fotos zu machen und so soll man das machen, aber ich finde so ein, selber eine Veranstaltung dann einfach, so eine, so eine Art Protestveranstaltung, ähm, zu machen, wo es halt, ja, keine richtige Veranstalter gibt, das finde ich dann so ein bisschen, ähm, ja, kindisch. Und, auch wenn das jetzt so hart klingt, unbedacht, das wäre vielleicht ein besseres Wort. Ja, ich meine, wenn die das unbedingt machen wollen, dann können die das doch sowieso öfter und irgendwie machen und sich selbst organisieren, weil, guck, äh, am Japan-Tag in Düsseldorf, der schon, ich, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht war ich irgendwann mal als Kind da, keine Ahnung, die letzten paar Jahre nicht, mittlerweile muss das ja auch so ätzend überlaufen sein dort. Boah, es ist so voll. Ja, aber da schaffen die es ja auch, sich einfach so zu treffen. Ja, das ist richtig. Im japanischen Garten, der ist dann natürlich immer voll, ne? Ja, es ist halt schwierig und dann muss man natürlich gucken, was dieses Jahr eventuell noch alles abgesagt wird. Haben wir in Deutschland auch so, ja, nicht nur die Magic-Con, es kommt ja auch eine Comic-Con, es kommt eine Star-Wars-Convention auf uns zu. Mhm. Ähm, ich hab jetzt von der Dutch Comic-Con gelesen, die ist in zwei Wochen, meine ich zumindest, zwei Wochen, ja, ich glaube, 21. oder so, ähm, und die haben ja auch geschrieben, die werden das durchziehen, die werden Maßnahmen treffen, dass das für alle Besucher eine schöne Convention wird. Ähm, aber gut, da muss ich sagen, in Holland und Belgien, die Cons, die sind auch alle generell ein bisschen stressfreier gewesen als hier unsere. Da ist nicht so ein Gedränge, da ist nicht so ein Geschiebe, man kommt schnell rein, man steht nicht ewig an. Irgendwie verstehen die Leute die Regeln des Anstehens da vielleicht auch einfach besser, wer weiß. Ja, kann ich dir nur empfehlen, da auch mal vorbeizufahren irgendwann. Es steht auf jeden Fall mal auf der Liste, ich fahre auch gerne nach Holland, ich bin da sehr gerne. Ja, also da, äh, Utrecht ist, das ist schon sehr cool. Ja, Utrecht ist mega schön, auf jeden Fall. Defects in Gent, also das ist in Belgien, das ist auch sehr, sehr cool. Ähm, hat so ein bisschen CCXP-Flair auf eine gewisse Art, also schon gut durchstrukturiert, viel Platz, ähm, man hat eine riesige Halle, in der man vorher schon warten kann, also wenn das Wetter beschissen ist, das tut gar nichts zur Sache. In Brüssel sah es ein bisschen anders aus, aber wenigstens standen wir unterdacht an, aber auch da ging es wenigstens schnell. Auf welche Kon freust du dich dieses Jahr am meisten? Ähm, boah, das ist, äh, schwierig. Aber bis jetzt so im Grunde auf die CCXP, weil die Ankündigungen da gefallen mir sehr, sehr gut, die sind zwar nicht alle was so an Stars, die ich unbedingt treffen wollen würde, aber, ähm, da ist mal, ich weiß nicht, ist so eine gewisse Abwechslung da oder es werden auch mal Leute geholt, die, ähm, noch nie hier waren, weißt du? Und, ähm, es gibt leider auch das Problem, dass viele Schauspieler eher rotieren. Ja, das stimmt. Ja, also von Convention zu Convention und, äh, ist nicht unbedingt schlecht, weil je nachdem, an welchem Standort du bist, dann kommen einige Leute ja besser hin als andere. Aber, aber ich hatte jetzt zum Beispiel, ähm, ich würde nicht sagen das Problem, aber ich habe gefühlt in den letzten Monaten, ne, das ist auch falsch, ich weiß gar nicht, Christopher Lambert, der war, den habe ich irgendwann getroffen und dann war der, glaube ich, ich meine, der war, ach, der war letztes Jahr in Dortmund im Dezember, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Dann war der, dann war der nämlich, äh, letzten Sommer auch auf der, ähm, German Castle Con in Solingen. Ich meine, das ist cool, das passt auch alles, ähm, aber dann war der auch zuletzt schon wieder im Frühjahr, nee, im Herbst auf der Facts Convention in Ghent. Also dann, weißt du, war es so ein bisschen sehr viel für mich. Ja, der hat seine Europa-Reise gemacht, ne? Ja, ja, und, äh, Manu Bennett von, äh, Arrow oder Spartacus, der Schauspieler da, der war jetzt auch irgendwie überall. Ja, stimmt. Ich meine, das finde ich ja cool, aber, ähm, das ist dann so, da denke ich mir, ja, jetzt habe ich den schon oft genug gesehen, so ungefähr. Ja, deswegen ist die Facts da gerade so ein bisschen so ein Highlight und, ähm, hoffe, dass da noch so ein paar große, coole Dinge passieren. Ich meine, letztes Jahr hatten sie ja, äh, Zachary Levy, der ja Shazam gespielt hat, gerade so als der Film sehr aktuell war. Da fand ich das schon cool, dass sie so jemanden da hatten und, ähm, hoffe, dass sowas da in der Richtung noch passiert. Und man merkt ja auch dadurch, dass sie jetzt schon angekündigt haben, wir arbeiten mit dem Studio Warner Bros. zusammen, da sind die Möglichkeiten ja quasi unbegrenzt. Also, alles, was die rausbringen, gerade auch an Comic-Verfilmungen, das sind ja jetzt alles potenzielle Schauspieler, die die da hinbringen könnten. Ja. Ja, also die ganzen DC, äh, Filmdarsteller, ähm, da müsste man noch gucken, was ist noch bei Warner rausgekommen, weil die hatten, äh, in Südamerika auf einer Convention auch Michael B. Jordan und Tessa Thompson. Und, ähm, die waren wahrscheinlich auch über dem Warner Bros. Deal da, weil die ja bei Creed 1 und 2 mitgespielt haben. Aber das Coole ist, wenn man die auch nur im Rahmen dessen holt, die spielen ja auch beide bei den Marvel-Filmen mit. Der eine ist halt der, äh, sag schon, der Gegenspieler von Black Panther und sie ist ja bei Thor 3, die Walküre. So. Ähm, dann hast du ja direkt mehrere Leute abgedeckt, die dafür kommen würden. Mhm. Ja. Ein Traum wäre natürlich, wenn dann Wonder Woman da erscheint oder Jason Momoa, mal sehen. Aber die Möglichkeit besteht. Oder halt irgendeine große andere Filmpremiere findet dort statt. Das kann auch jetzt sein. Ja, das wäre ziemlich cool. Das gilt abzuwarten. Ja, die Ankündigungen sind ja auch manchmal sehr, äh, kurzfristig. Ich freue mich dieses Jahr endlich mal wieder die CastleCon besuchen zu können. Das hat in den letzten beiden Jahren ja bei mir nie geklappt, weil es einfach immer so terminliche Überschneidungen gab. Aber dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen hinzugehen, weil ich Schloss Burg ja so gerne mag. Weil ich ja auch so herkomme. Ähm, ja. Und ich bin mal gespannt, wer, äh, wer dann alles zur CastleCon kommt und ob wir dann schönes Wetter haben. Ähm, und ob ich bis dahin es mal geschafft habe, noch ein Kostüm zu besorgen. Also wenn es so heiß wird wie letztes Mal, solltest du was Luftiges anziehen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich habe mir zwar keinen Sonnenbrand geholt, aber es war schon so, dass man sagen muss, okay, äh, man sollte vielleicht die Zuschauerplätze auch irgendwie ein bisschen schattiger gestalten. Ja, ich hoffe, da ist die Kritik auch bei den Veranstaltern angekommen. Ja, ich meine, es ging ja alles irgendwie, aber cool ist natürlich anders. Das Beste war sowieso bei einem Foto, dann, ähm, mit Georgia Hearst von Vikings war das. Ich dann so, weißt du was, vielleicht legst du deine Hand besser ein bisschen weiter oben an meine Schulter, weil ich habe ein bisschen geschwitzt ungefähr. Ne, ich meine, äh, sie sagt, ach, das ist überhaupt kein Problem und so, ne, die war total lieb, aber, ja, ich habe mir gedacht, ne, so kannst du das, naja, du musst die warnen. So, war zwar nicht so schlimm, aber es war trotzdem doof, ne? Ja, das war sie vielleicht auch gewohnt. Da sind ja dann, äh, viele Menschen, die sie am Tag dann trifft, die waren bestimmt alle durchgeschwitzt. Ja, äh, davon gehe ich aus. Also, es war wirklich sehr, sehr kuschelig und, ähm, da war, ich glaube, du warst ja das letzte Mal dann 2017 da. Und das kann echt sein, oder? Wo ich dich da ja auch gesehen habe. Ich weiß es nicht mehr. Also, 18 war ich nicht da, das weiß ich. Ja, doch, da war ich, ja, auf jeden Fall, äh, mehr als einmal da. Dann war ich 2018 wahrscheinlich da. Okay. Ne, aber 17, boah, ne, da habe ich mir, glaube ich, auch einen kleinen Sonnenbrand geholt, aber, naja, was soll's. Ja, wie gesagt. Ja, aber da freue ich mich auch drauf. Ja, das wird auf jeden Fall cool. Das stimmt, ja, das ist schön. Ja, und, äh, wenn ihr da draußen, ihr lieben Zuhörer, mal noch ein bisschen mehr vom Engin sehen wollt, dann besucht ihn doch mal auf seinem YouTube-Kanal oder auch bei Instagram. Der freut sich sehr über ein paar Daumen hoch und ein paar Likes und vielleicht auch die ein oder anderen Kommentare. Da könnt ihr gerne mal eben ein paar liebe Grüße dalassen. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge Nerdplay, die demnächst dann online geht. Da könnt ihr natürlich bei nerdizismus.de vorbeischauen und immer auf das nächste Update warten. Und solange könnt ihr in die ganzen anderen Podcasts reinhören, die wir sonst noch im Angebot haben. Zum Beispiel aktuell die ganzen Folgen zum neuen PK, also zur neuen Serie PK, so sag ich es richtig. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir sagen jetzt Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.